Ja, willkommen Bros zu Part Nummer 6 und wir haben hier übelst gefailt, wie wir letztes Mal wissen. Das war schon peinlich, muss man ja dazu sagen. Und die Blume dahinten macht Seifenblasen, das ist ja so süß. Wofür dieser Fahrstuhl hin? Oh, ich hätte mir den Kopf gestoßen. Hey, Luftballer, wartest du? Ach, fäng dich doch. Oh, meinst du schon wieder Flatterpaul? Er ist eigentlich ganz lieb. Ah! Ah, Hilfe! Oh, ich kann dir nicht... Oh, ah. Hm, bam, 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 Dieter küsst Paul und Detlef. Okay, gut. Ja, ich habe eher so den übelsten Fell gehabt, bei der letzten Blume. Was aber auch wahrscheinlich daran liegt. Ach, das ist doch zum Heulen. Egal, wir laufen jetzt einfach nach rechts, in der Hoffnung. Ja, mein Schill. Schill doch. Schill. Mit mir nicht, Boss. Äh, äh, äh. Alter. Pam. Das war nice. Ja, das war nicht so nice, dass da die Sterne draufgegangen sind, aber whatever. Ja, da kommen wir irgendwie nicht dran. Oh. Alter, was sind Nerven? Hammer, ne? Und der noch hinter so ein... Wer ist er denn gewesen? Boah, das ist aber mies, dass der da rumhüppelt, ey. Das haben sie auch mal wieder schön mit Absicht gemacht. Bis jetzt ist der Heck echt eins arm, muss ich dazu sagen. Nicht zu einfach, aber auch... Oh, der ist er denn! Hm. Ja, ich wollte schon sagen, dann geht's runter. Wunderbar, dass wir Eier haben. In der Hose. Ha, 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 Capella. Ist ja mal wieder ein Scherzkeks. Oh, wir können wieder Feuerpuppen... Äh, Puppen vor allem. Oh, ich bin wieder... Drauf... Ha, 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 ha. Na gut, dann fliegen wir hier zu dieser Seite, wo Flutterpaul und Kumpel warten, aber scheiß drauf. Oh, wer ist denn Flutterpaul hier? Ah, ha, 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 ha. Das gefällt dir doch bestimmt auch. Wer ist er denn da hinten? Achso. Da will jemand, Freunde. Ich hab jetzt Angst, denn das sieht aus. Als wenn der Flatterpole uns hinterher fliegt. Aber wir sind so unerschrocken, dass wir hier die Hälfte der Münzen liegen lassen. Und maybe Mario fliegen lassen. Oh, ei, eine Tür. Oh, oh. Wir haben Pau-Pau hier. Oh, oh. Das ist ein Witz, oder? Sagt mir doch, dass man von unten... Alles ist so toll. Oh, komm in meinen Mund. Oh, falsch. Ach, jetzt geht's weiter. Du kannst mir gar nichts... Oh, 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 oh. Wer ist denn Flatterpole hier? Und wir fliegen hier rein. Und essen ganz gerne ein Dackelschwein. Ein Dackelschwein? Ich weiß auch nicht, was ich habe, aber... Macht euch nix draus. Ich bin's doch nur. Kapelle auf Crack. Ich bin der Flatterpaul hier. Ich habe das Gefühl, dass ich was falsch mache. Denn wir kommen hier nicht weiter. Oh, oh, ja. Wir müssen irgendwas Besonderes machen. Irgendwas Tolles. Und... Oh, 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 oh. Hau doch mal ab. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich komme hier rauf, du kleines Keck. Und verka... Das ist peinlich, Lotte. Das ist so peinlich. Ey, hallo? Das geht doch irgendwie. Das war fail. Okay, das reicht mir jetzt, ey. Das ist auch vollkommen... Pfff. Hau ab, Blume. Oh, Luftballon. Jetzt nutze ich dich aus. Ausgebeutet. Oh, eine Tür. Geil, cool. Ich sollte mal vielleicht irgendwie mal speichern. So nach dem Motto. Ey, wie dämlich man sein kann, ey. Das ist so... Der ist auch der letzte sogar. Hallo. Ach, guck mal. Den kann ich da raus essen? Mhm. Ich verstehe. Wir wollen die Münze da oben haben. Ha, 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 ha. Wer ist denn Flutterpaul hier? Was ist ein Flutterpaul? Das ist so epic. Oh. Ich habe irgendwo einen Geheimgang gefunden. Und bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Denn es kann doch sein, dass wir hier... Du kleine, dicke Pussy. Mit Eiern werfen, aber... Fing... Du kriegst ja Pickel! Mann, Mann, jetzt wirf... Dafür haben sie Eier, wa? Kannst du vergessen. Ha, 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 ha. So, haben wir hier noch was versteckt, jetzt? Ach, das war's schon. Dafür habe ich mir hier den Stress gemacht. Dafür. Fick dich! Hammer! Hujo! Hau! Halt, aber ich da nicht so ein Bazooka oder so ein, so ein... Ah, ha, ha, ha! So ein, so ein Hammer, oder was? Oh, oh, oh! Dann nimm! Ha!